Gipfelstürmer Gipfelstürmer zeigt die beiden Solisten auf, die gerade als junge Talente hier im Aargau gekommen sind. Sie erklimmen quasi die Gipfel der Musik. Die zwei Werke sind zentral für dieses Programm. Im Rahmen werden die Werke von zweien Stücke, die wirklich mit Bergen zu tun haben. Also ein Montana Fanfare am Anfang. Und zum Schluss spielen wir ein Stück, das heisst Mont Blanc, das natürlich einen wunderbaren Zusammenhang zu diesen Gipfeln hat, wie es eine Wanderung bzw. ein Erklimmen dieses Berges zeigen. In der Mitte, als etwas ruhige Nummer, gehört man, das Werk besteht in die Rauhre. Es ist eines der schönsten Liebesliedern, die die Schweiz überhaupt hat. Und wie man das aus dem Leben kennt, ist auch die Liebe ein bisschen ein Gipfelstürmer. Gipfelstürmer Gipfelstürmer